Frau Benzfanger, Sie sind eine Kollegin, arbeiten für den Zürcher Tagesanzeiger. Sie haben dieses Buch geschrieben, das heißt Fremdgehen, ein Handbuch für Frauen. Haben Sie das getan, weil Sie das Gefühl haben, Frauen gehen zu wenig fremd? Oder weil Sie das Gefühl haben, Frauen gehen, wenn falsch fremd? Weder noch. Ich glaube nicht, dass Sie zu wenig oder zu viel fremdgehen, das kann man nicht so absolut sagen. Ich glaube auch nicht, dass man sagen kann, Sie gehen falsch fremd. Aber von fremdgehenden Männern hört und liest man ja immer wieder, Bill Clinton, Tiger Woods und so weiter, die lassen sich halt erwischen. Frauen gehen auch fremd, das weiss jeder aus seinem Freundeskreis und so weiter, aber man hört viel weniger davon. Man liest nicht die Geschichten davon, man weiss irgendwie wenig darüber. Und da habe ich mir gesagt, ja, da möchte ich mal rausfinden, wie das denn so ist. Und es war auch erstaunlich leicht, eben Frauen zu finden, die bereit waren, mir ihre Geschichten zu erzählen. Was haben Sie gelernt? Weil das Ding heisst ja Handbuch. Handbuch heisst ja, ich kriege nützliche Ratschläge. Also was ich persönlich gelernt habe? Ja. Ja, dachte ich. Ja, also ich habe mal Geschichten erfahren, ich habe ja auch historische Beispiele gesucht. Ich habe mich gefragt, wie hat sich das verändert in der Zeit? Und was ich sehr erstaunlich fand, ist, wenn man so ein bisschen zurückgeht, man hat immer das Gefühl, ja, wir sind so ein liberales Zeitalter, es ist so vieles möglich und so weiter. Wenn man weiter zurückgeht, sieht man, so liberal sind wir eigentlich gar nicht. Und es ist wirklich ein starker moralischer Druck, auch auf den Leuten, habe ich jetzt auch gemerkt. Als ich das Buch geschrieben habe, haben mir viele erzählt, aber auch jetzt in den Reaktionen, es gibt ganz viele verschiedene Reaktionen, aber eine ist wirklich eine sehr moralische, eine, die Leute finden das nicht gut und sie verurteilen das. Und sie wollen am liebsten gar nichts damit zu tun haben. Sie verurteilen das Buch oder das Fremdgehen? Das Fremdgehen und auch, dass man ein Buch darüber schreibt, weil die Leute dann natürlich denken, ja, die will da animieren zum Fremdgehen. Ich will Sie überhaupt, also überhaupt nicht meine Absicht, Sie in die Defensive zu drängen, ich will einfach nur wissen, was in diesem Buch steht und was Sie herausgefunden haben. Sie zitieren da zum Beispiel einen Experten, der sagt, die Liebe ist monogam, der Mensch leider nicht. Heißt das, dass im Prinzip jeder gerne fremdgeht oder das Bedürfnis hat, fremdzugehen? Ja, ich denke, dass wir weder eine monogame Spezies sind, noch sind wir eine polygame Spezies. Es gibt wirklich diesen Grundkonflikt, dass nämlich, wer liebt, eigentlich oft das Bedürfnis, das ist auch nicht bei allen so, aber die meisten haben, wenn sie lieben, den Anspruch, dass die Person, die sie lieben, es exklusiv nur sich auf sie einlässt. Und gleichzeitig, das kennen wir alle, verändert sich die Liebe auch, wenn man von der romantischen Liebe oder vom Verliebtsein zur romantischen Liebe, zur wirklich tiefen Liebe, Liebe verändert sich und mit dieser Veränderung verändert sich dann auch eben die Lust oder das Interesse an anderen Leuten. Und ich glaube, da ist der Grundkonflikt, dass man einerseits eben liebt, einer Person treu sein will, für die da sein will, die Vertrauensperson dieses Partners sein. Und gleichzeitig ist der Mensch auch immer interessiert an Neuem, lässt sich gern verlocken, gerade im Zusammenhang mit Alkohol zum Beispiel, gibt es dann halt auch den einen oder anderen Seitensprung. Und ist das, Sie sagen, Sie gehen ja in Ihrem Buch, so wie ich es verstanden habe, noch viel weiter, Sie sagen, das Problem ist, krampfhaft an einem Treuegelübde oder Treueprinzip festzuhalten, auch wenn es einem viel besser tun würde, dem Bedürfnis nach einem Seitensprung nachzugeben. Nee, ich würde nicht sagen, dass ich das so behaupte im Buch. Also die Voraussetzung, das ist ja nicht ein Buch über offene Beziehungen oder Polyamorie. Das sind ja die Leute, das ist ja so eine Szene und das sind die Leute, die sagen, wir wollen das Offenleben, wir wollen eben keine monogame Zweierbeziehung. Und mein Buch ist eigentlich eher eben, dass es die meisten Leute den Anspruch haben, monogam zu sein und sehr viele an diesem Anspruch scheitern und aus diesem Anspruch und aus diesem Festhalten an diesem Treueideal und auch eben die moralische Verurteilung, wenn jemand an diesem Treueideal scheitert, der ganze Schmerz, der da mitkommt, ist auch nicht in allen Kulturen gleich, auch nicht bei allen Leuten gleich. Aber was alles da mitkommt, das macht oft die Beziehung kaputt, dass man eben nicht sagt, ja, kann passieren, schauen wir uns das mal an, was ist da eigentlich passiert und das als Herausforderung begreift und sagt, das kann man auch, das muss nicht gleich auseinander gehen, sondern dass die Leute sagen, ich hatte gerade ein Interview irgendwie diese Woche, da hat der Moderator gesagt, ja, ist ja ganz klar, also wenn jemand fremd geht, dann ist die Beziehung zu Ende und zwar für immer und ewig und da würde ich gar nichts dran rütteln lassen. Und so denken viele, das war jetzt auch ein sehr junger Mann, und das verändert sich vielleicht auch im Laufe des Lebens. Warte, hast du gerade Luft? Ich habe Luft? Ja, oder hast du immer geschnappt? Nein, ich zucke immer, wenn ich alter Mann höre. Ach so. Nein, junger Mann. Junger Mann. Junger Mann. Ach, der war ich gar nicht. Interessant, du hast du verstanden. Aber so ein interessanter Punkt mit der Libertinage, dass wir tatsächlich heute, dass wir wirklich der festen, festen Überzeugung sind, wir würden in einem total lockeren Zeitalter leben. Und ich glaube auch nicht, dass das der Fall ist. Ich habe jetzt, durch Zufall bin ich an das Buch geraten von Angelika Schrubsdorf, Du bist anders als andere Mütter, da beschreibt sie ihre Mutter Else, die als junge Frau in den 20er Jahren feststellt, oh, ihre große Liebe betrügt sie. Unsere Reaktion heutzutage darauf, oh, ich werde betrogen, wahrscheinlich muss ich zum Therapeuten und mal mit dem ordentlich quatschen. Die Else, so heißt die Mutter von Angelika Schrubsdorf, deren Reaktion ist darauf, okay, der betrügt mich, kann ich auch. Und dann ziehen die in so eine Villa in Dahlem und da ist auf eine Art und Weise Rambazamba, würde ich so leben, könnte ich hier nur mit dem Thema hier sitzen und sagen, glaubt ihr ja nicht, was da bei uns in Berlin los ist. Und dann würden sie sagen, was für ein Freak. Und das ist aber da, das passt in die Zeit, in unsere Zeit passt das überhaupt nicht. Dass die Frau beispielsweise auch der Meinung war, ja klar habe ich jetzt von dem einen Kind und von dem anderen, aber Hauptsache ich habe Kinder. Wenn ich das heute so äußern würde, selbst in meinem angeblich so liberalen Freundeskreis, würde Leute sagen, ja das ist ja ein bisschen skandalös, geht ja nicht. Deswegen bin ich da komplett Ihrer Meinung. Sie führt auch viele Beispiele ein, seit wann dieses Gebot der Treue überhaupt Mode geworden ist, dass früher Menschen offenbar in ganz anderen Zusammenhängen gelebt haben oder eben nicht zusammenhängen. Aber etwas, wo glaube ich hier alle sich schon eigene Gedanken gemacht haben, ob aus Erfahrung oder weil Sie um einen Rat gebeten worden sind, wenn es schon mal passiert, wo Sie sagen im Buch, man muss es hinnehmen, es ist nicht das Ende der Welt und der Beziehung, sind Sie dann für das Darüberreden, dass man es dem Partner sagt, oder sind Sie für eiserne Schweigen? Was, wenn ein Seitensprung passiert ist, ob man es gestehen soll oder nicht gestehen soll, Bevor Sie antworten, ich habe gerade gehört hier von rechts von Frau Venemuth, bloß nicht. Nein, will ich nicht. Nein, Sie würden es nicht sagen? Nein. Und Sie würden es auch nicht hören wollen? Nein, nein. Am besten möchte ich im Unwissen bleiben und im Unwissen lassen. Also ich glaube, dass vieles sich erledigt von alleine und dass man mehr zerstört, wenn man aufdeckt, als wenn man die Kraft hat, es für sich zu behalten. Und Jörg Thaddeus hat dem, glaube ich, gerade zugestimmt, ne? Ich stimme dem zu, weil das hat meine Schwiegermutter mehr oder weniger als Kommando ausgegeben. Also das ist der Tagesbefehl. Wir haben da mal so gesessen, wir waren so ganz ernst zu nehmen, eine 20-Jährige, so N20, und haben so ernst geredet, was macht man denn dann in so einem Fall? Und dann meine Schwiegermutter hatte gerade draußen was im Garten gemacht, kam so rein, warf die Tür zu und sagte, man hält vor allen Dingen die Klappe. Und dann ging sie wieder raus. Das hängt an, was zwei Menschen einander sagen. Das heißt, ich denke, Ehrlichkeit ist besser. Aber wenn eine Person sagt, ich will das nicht wissen, dann natürlich ist es besser, dass man nichts sagt. Aber ich denke, es ist besser, wenn es gibt einen Dialog. Weil ich denke, es ist schon kompliziert, einen fremden Menschen zu treffen im Leben. Und wenn man einen fremden Menschen trifft und wir entscheiden zum Beispiel zusammen etwas zu machen, dann wäre es besser, dass es gibt Respekt und Ehrlichkeit. Aber das hängt dann von der Natur natürlich nicht. Aber wenn es nun mal passiert, jetzt müssen wir ja die letzte Antwort, muss unsere Autorin jetzt geben. Es kann passieren, wir sind Menschen, es kann passieren. Und ich denke, es ist nicht etwas Kriminales und man muss verstellbar sein und dann entscheiden, geht man weiter oder nicht. Das ist eine andere Frage. Reden oder nicht reden? Ja, es ist bei diesem Thema, ist es eben so, dass es eigentlich keine generellen Antworten gibt. Es war auch so, dass viele der Frauen, mit denen ich geredet habe, das am Schluss von selber gestanden haben. Weil sie nämlich, also entweder weil der Partner, weil irgendwie dann was komisch war in der Beziehung oder weil sie gemerkt haben, ich bin ja eigentlich fremdgegangen, weil ich eine Veränderung wollte. Und irgendwie jetzt, wenn das schon so komisch wird, und so jetzt halt mal auf den Tisch mit dem. Und dann haben sie ihre Veränderung gekriegt. Ich glaube, man kann das nicht generell beantworten. Es kommt auch immer darauf an, wo man steht, wo der andere steht und wie und warum das eigentlich passiert ist. Hätten wir noch eine zweite Sendung, dann würde ich noch ein Argument mit Ihnen wahnsinnig gerne vertiefen. Und das ist, glaube ich, für uns Männer besonders bedrohlich. Sie sagen, Frauen sind sehr viel geschickter beim Fremdgehen als Männer. Das ist beunruhigend. Tut mir leid, dass ich in dieser Nachricht, in dieser Nachricht, in dieser Nachricht, in dieser Nachricht, in der Nachricht, Jörg Tadeus schon Nacht mitgeben muss. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dieser großartigen Runde.